Hey! War aufs davon nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob's da drin was zu holen gibt? Da, Tomir, hm? Ich muss mich ihm stellen. Ja. Und jetzt bist du bereit dafür. Das ist mit euch und Thriller. Vielleicht werde ich nie bereit sein. Du weißt, was du tun musst, um dich zu heilen. Und das macht mich sehr stolz auf dich. Mein Weg ist anders. Ich bin da, wenn ihr mich braucht. Okay, wir sind da. Setz dich auf deinen Platz. Alles wird gut. Alles wird gut. Gibt's Wetten darauf, welche furchtbaren Dinge diesmal passieren werden? Noch mehr Tote? Riesenspinnen? Killerpflanzen? Alles davon. Sag das nicht. Vielleicht findet uns auch die Haxion-Brot und rückt an. Seid ihr zwei immer noch sauer auf mich? Den guten alten Grease? Sauer würde ich dazu nicht sagen. Hey, ihr müsst zugeben. Ich habe für Aufregung gesorgt. Wie viele schaffen es schon auf die Fahndungsliste der Haxion-Brut? Wenn sie kein so guter Pilot wären, würde ich sie selbst ausliefern. String dich weiter an, Greasy. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Was? Warum sollte ich das tun? Nein, nein. Ich werde da bestimmt nicht rausgehen. Also, was willst du, Kerl? Gar nichts. War Spaß. Toll. Es freut mich, dass dich meine Angst vor Zombie-Hexen, die mir einen schmerzhaften Tod bereiten wollen, benutzt nicht. Ich brauche eine Sekunde. Du scheinst weniger Angst zu haben. Weil ich für einen winzigen Augenblick vergessen hatte, wo ich bin. Vielen Dank, dass du mich wieder daran erinnert hast, Kerl. Sehr gerne. Wie geht's dir? Ich meine, wieder hier zu sein und so? Ich glaube, ich schaffe das. Kerl, du schaffst das schon. Hey, ich weiß es. Danke, Mann. Wenn du schon nicht gehen willst, nerv mich wenigstens nicht. Danke, Mann. Danke, Mann. Fall nicht zurück. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Danke, Mann. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hab unser Ziel gefunden. Hebe ab! Jetzt schnell! Ich hab noch mehr für dich! Ich mach dich fertig. Ich werde ihn erledigen. Bring dir's zu Ende und holen dir uns das Geld. Ich will gar nicht! Bitte, sind zu mir! Misschreibst du nichts! Hierher, Kuppe! Ich werd den Boden mit dir aufwischen. Es geht los! Jetzt geht's rund! Ich dachte, du wärst größer! Ach, auf dich! Bring mir's zu Ende! Ich kann's kaum erwarten, für dich zu kassieren! Jetzt ist die Bezahlung feinig, was? Ich werde die Bezahlung feinig, was. Ach! Ich werde ihn dir verder weinig! Ich werde ihn schnauzen. Ich werde den Boden aus. Ich werde ihn schnauzen. Ich werde ihn schnauzen! Was ist das? 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 Du bist also ohne Waffe hierher zurückgekommen? Das bin ich nicht. Glaubst du, ein Lichtschwert macht dich zum Jedi? Nein. Die Hilfe, die du führst, gehört mir, mein Schüler. Hast du, was ist das? Hast du wirklich nichts Neues gelernt? War das schon alles? Das ist beeindruckend? Und du, was ist das? Und euer Opfer ehren. Und vergiss nicht, Beharrlichkeit tönt den Pfad. Es ist der Fremde. Es ist der Fremde! Du gehst du, was ist das? Und du bist der Fremde? 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 Aber was er jetzt ist, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ein Lichtschwert allein noch niemanden zum Jedi macht. Was denn dann? Wir waren Friedensstifter. Verraten von denen, die wir beschützten. Vom Imperium gejagt ich. Ich bin wohl einer der Letzten meiner Art. Ich war noch ein Kind, als sie angriffen. Ein Krieger in Rüstung schwang das hier. Er stürzte sich auf uns und schlachtete mein Volk ab. Meine Schwestern, bis ich ganz allein war mit den Toten. Dann kam Malikos und versprach mir Rache, falls ich unsere Geheimnisse mit ihm teilte. Ich weiß, wie es ist, alles zu verlieren. Und Malikos hat es einfach gegen dich eingesetzt. Wir müssen keine Feinde sein. Das wirst du brauchen. Und schon ist sie weg. Ich beobachte dich. Verschwinden wir von hier. Dort liegt dein Ziel. Noch kannst du gehen. Leider nicht. Leben stehen auf dem Spiel. Und welche? Machtbegabte Kinder, die gejagt und ermordet werden. Kerkestis. Malikos. Willkommen daheim. Bist du hier, um zu trainieren? Was in diesen Ruinen wirkt so anziehend auf dich, dass du den Tod riskierst? Das könnte ich euch auch fragen. Dort schon mal Stärke. Mehr als Jedi verstehen können. Und ich kontrolliere sie. Das würde ich dir auch anbieten, Kao. Begreift ihr denn nicht? Das alles interessiert mich nicht. Ich will den Orden wieder aufbauen. Den Orden der Jedi aufbauen? Oh, du armer Narr. Es ist vorbei. Die Zeit der Jedi ist längst vorbei. Er... Er stickt von der Tradition. Er taubt durch unseren vergangenen Ruhm. Er blindet durch endlosen Krieg. Gut möglich. Aber es ist nie vorbei, Malikos. Wir sind jetzt hier und können dazulernen. Und auf unseren Fehlern aufbauen. Dazulernen? Sie haben keine Zukunft mehr. Warum siehst du das nicht ein? Es ist Zeit für einen Neuanfang. Du und ich, wir... Wir können etwas anderes aufbauen. Etwas besseres. Nein. Dann wird Datumir dein Grab sein. Du bist nicht stark genug. Du bist herbernlich! Nur Feichlinge rennen weg! Ha, 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 ha! Komm schon! Ja, nein! Ja. kämpfe richtig oder geh unter du bist ein nichts nutz ich hab's kaum gespürt du verzögerst nur das unvermeidliche du bist schnell bemerken du bist erbärmlich du bist schnell bemerkenswert du bist nicht stark genug du bist ein nichts glückstreffer kämpf mit mir ich lasse mich nicht unter du bist schnell bemerkenswert du bist erbärmlich du bist ein nichts ha 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 komm schon ich hab schon schlimmeres überlebt ausweichen du kannst dem tod nicht ewig entgehen du bist erbärmlich du bist erbärmlich und holt euch den eindringling du kannst uns nicht alle aufreiten Bleib nah an ihm dran! Ein Eindringling! Mein Freund, der Verb Neuen Wissens hat mich nie abgeschreckt. Ich lasse mich nicht unterkriegen! Ich lasse nicht zu, dass du mich niederschlängst! Nur Feiglinge rennen weg! Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen! Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen! Du bist ein Nichtsnutz! Nur Feiglinge rennen weg! Zu langsam! Hierher komme! Komm! Kämpfe, wenn du's wagst! Schlag mich nieder! Glückstreffer! Du bist ein Nichtsnutz! Du bist ein Nichtsnutz! Ah! Jetzt! Ach du! Ha, 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 ha! Komm schon! Ich lasse mich nicht unterkriegen! Ich lasse mich nicht unterkriegen! Komm! Kämpfe, wenn du's wagst! Nur Feiglinge rennen weg! Ah! Ah! Du bist herbeärmlich! Ah! 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 Es war falsch, dich an meiner Seite zu werden. Stirb, Welpe! Ihr habt kein Recht auf Datum mehr. Kein Recht auf unsere AG. Steh auf, Calcestis. Noch bist du nicht tot. Schlag mich nieder! Du kannst dem Tod nicht ewig entgehen. Hey, weh dich! Das war gar nicht! Das war gar nicht! Ich bin zu schnell für dich! Ich bin zu schnell für dich! Sieh auf! Hilf mir bitte! Glückstreffer! Siehst du, Padawan? Ich bin konzentriert! Ach! Nur Feiglinge rennen weg! Nur Feiglinge rennen weg! Was soll das? Wie ihr schon sagtet, Malekos, Dathomir wird euer Grab sein. Nein! Nein! Lass ihn im Dunkeln mit seinen Geheimnissen. Bis der Tod ihn holt. Warum hilfst du mir? Wir erlösen Dathomir von diesem Parasiten. Was willst du wirklich hier, Calcestis? Die Erbauer dieses Grabs, die Sepho, erschufen ein Objekt, das Astrium. Es öffnet ein Gewölbe weit entfernt. Dort ist eine Liste machtbegabter Kinder in der Galaxis, aber das Imperium sucht auch danach. Welches Imperium? Das Imperium. Dass alle Machtbegabten vernichten will, damit sich ihm niemand mehr in den Weg stellt. Dann wird es irgendwann auch nach Dathomir kommen. Wie der Krieg. Ich helfe dir, das Astrium zu finden. Danke für die Hilfe mit Malikos. Ich dachte, ich wäre geliefert. Ja, so wäre es gekommen. Ja. Zum Glück kam es anders. Ich habe gerne einen Verbündeten. Ja, ist eine schöne Sache. Gern geschehen, Cal. Dieser Ort. Grauenhaft. Grauenhaft. Komm. Dann darf ich runter. � Wir haben es endlich gefunden. Ja. Es ist wahr. Maren, das könnte der Schlüssel zur nächsten Jedi-Generation sein. Das freut mich für dich. Und die Jedi. Aber nichts kann meine Leute zurückbringen. Ja. Nach der Auslöschung war ich allein für eine lange Zeit. Ich war versteckt und hatte Angst, dass sie erfahren, wer ich bin. Was ich bin. Und was dann? Ein guter Freund sagt, ich soll aufbrechen und meinen Platz in der Galaxis finden. Du hast auf ihn gehört. Nein, aber das Leben weiß, wie es dich trotzdem auf dem Weg nach vorne zwingen kann. Und jetzt bin ich hier. Völlig unerwartet. Ein Weg nach vorn. Ich geh' mit dir. Wirklich? Ich habe Jahre auf die Chance gewartet, meine Schwestern zu rächen. Damit ist jetzt Schluss. Ich will an deiner Seite kämpfen. Die Schwestern der Nacht und Jedi reisen nicht zusammen, aber Überlebende. Wir passen uns an. Ich will an deiner Seite kämpfen. Ja, das stimmt wohl. Was denkst du, BD? Ich auch. Aber meine Crew werden wir erst noch überzeugen müssen. Tja, dann machen wir das. Das geht nicht nach vorne. Hast du die vorhin auch angehoben? Ja. Ja. Ich wollte sehen, wie du mit Malikos fertig wirst. Ein Prüfpunkt? Glückwunsch. Du hast gestanden. Wirst du mir dabei helfen? Ach, du schaffst das so. Ach, du schaffst das so. Diese Frau, mit der du reist bist. Wes. Sia? Woher warst du von ihr? Ich habe deine Gefährten gesehen. Malikos befahl sie anzugreifen, aber sie waren keine Bedrohung. Sia. Nun, sie war einmal ein Jedi. Lange Geschichte. Ich würde sie gerne machen. Wir treffen uns bei deinem Schiff. Das ist unsere Zielversuch. Lange auf das Ziel! Los! Alle mitmachen! Lange auf das Ziel! Los! Alle mitmachen! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020